Immoflash plaudert mit dem ehemaligen Vizekanzler Dr. Erhard Bussek in gemütlicher Atmosphäre. Der ÖVP-Veteran ist unter anderem Präsident des Europäischen Forums Alpbach. Im Gespräch gewährt er uns Einblicke in seine Sicht der Dinge in Osteuropa. Österreich, speziell Wien, hatte jahrzehntelang so eine Brückenkopf-Funktion zu Osteuropa. Hat Wien diese Funktion noch oder hat sie diese Funktion schon längst verloren? Der Begriff Brücke ist eigentlich abgeschafft. Wir müssen nichts mehr überbrücken wie den Eisernen Vorhang, sondern wir sind heute ein Bezugspunkt für diese Länder. Das durchaus, aber das hängt davon ab, dass wir auch etwas daraus machen. Das heißt, wir müssen uns ja engagieren und quasi Angebote in die Richtung machen, dass man von uns lernen kann, dass wir helfen, dass wir eine Verbindung haben. Menschen wollen immer gleichberechtigt verstanden werden, auf gleicher Augenhöhe und nicht irgendwie so, wir sind gescheiter als ihr. Nutzen Österreicher die historische Chancen in Osteuropa und Südosteuropa ausreichend? Ich behaupte, dass der wirtschaftliche Erfolg österreichischer Unternehmen darauf zurückgeht, dass wir offensichtlich in den Genen einiges haben. Das ist auch ein Ergebnis der Durchmischung der österreichischen Bevölkerung aus diesen Räumen. Das heißt, wir tun uns mit der Mentalität leichter. Da gibt es andere Europäer, die hier beachtliche Schwierigkeiten haben. Schweizer, die zum Beispiel nie auftauchen, weil ihnen das eine ferne Welt ist. Metternich hat einmal gesagt, der Balkan beginnt in Wien am Rennweg. Nur so ganz falsch ist es nicht. Wird der Balkan aber auch wirtschaftlich sinnvoll genutzt? Oder werden da viele Chancen eigentlich vernachlässigt? Erste Antwort ja. Ich glaube, dass ein Teil des österreichischen Wirtschaftserfolges darauf zurückzuführen ist, dass wir dort engagiert sind. Zweiter Teil der Antwort noch nicht genügend. Es ist noch wahnsinnig viel möglich und ist auch in Wirklichkeit gefragt. Wahrscheinlich haben wir auch dort auf die Dauer die besseren Chancen, als wenn wir nach China oder Indien gehen. Wenn wir schon beim Balkan sind, wie ist es erklärbar, dass gerade Südosteuropa so hinter der Entwicklung nachhinkt im Vergleich zu Osteuropa? Die Geschichte schlägt zurück. Es ist so, dass diese Länder relativ spät ihre Souveränität erlangt haben. Sie sind auch immer von den großen Hauptstädten Europas patronisiert worden. Es wirkt hier die Geschichte des türkischen Reiches nach und dann natürlich die inneren Konflikte. Sie hatten immerhin vier Kriege, während die anderen Teile von Mittel- und Osteuropa die Wandlung ohne Krieg durchgeführt haben. Apropos Zeitbombe. Ist Ungarn eine Zeitbombe oder ist es eine temporäre Problematik, die sich hier momentan abspielt? Ungarn ist ein inneres Wachstumsproblem. Das heißt, die ungarische Politik muss ihre Rolle begreifen und nicht versuchen, da irgendeinen Sonderweg zu gehen, der auch gar nicht praktikabel ist. Die Ungarn haben 1989 ausgezeichnet gestartet und dann sich am Weg eigentlich verirrt durch ihre Regierungen. Ich habe aber ein großes Vertrauen. Die Ungarn sind letztlich sehr geschickt. Nicht umsonst heißt es ja immer, wenn ein Ungar in einer Drehtür hinter ihnen hereingeht, kommt er vorn heraus. Es ist die Frage, ob sie vorn herauskommen, aber sie werden mit uns kommen. Welchen Ratschlag geben sie österreichischen Unternehmen, vor allem den Immobilienunternehmen, auf ihren Weg nach Osten oder ihren weiteren Weg innerhalb des Ostens? Wenn sie schon dort sind, bleiben. Wenn sie noch nicht dort sind, hingehen. Vor allem aber wissen, wohin man geht. Man muss diese Länder, besser gesagt die Menschen kennen. Man muss deren Geografie und Geschichte kennen und auch auf Prioritäten abstellen. Es wird nicht alles von heute auf morgen gehen, aber in Wahrheit haben die Österreicher große Chancen. Dankeschön.